Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute beglücke ich euch mit meiner Parfümsammlung, die ich ja schon so lange versprochen habe. Und ich habe ganz viele Spickzettel von all meinen Parfüms, damit ich sie euch vernünftig beschreiben kann, weil es auch hier einige dabei sind, die gar nicht mehr hergestellt werden. Und das irgendwie schwierig ist, das zu beschreiben, wenn man da nichts nachlesen kann. Wenn ihr versteht, was ich meine. So, ich habe hier alles voll zu stehen mit meinen Parfüms. Vielleicht habe ich das auch noch hochzuhalten. Also ihr seht, es kommt ein bisschen was auf euch zu. Ja, und da gehen wir mal durch, was ich hier schön nicht habe. So, jetzt fällt mir das hier alles um. Und das soll es ja nicht. So, also ich gehe einfach, ich arbeite jetzt einfach hier die Zettel ab, von oben nach unten. Und das Erste, was ich greife, ist von Jean-Pierre Sand, S. Garden Blue. Genau, nee, andersrum. So muss ich machen. Das ist ein wunderschöner Flockon. So, den habe ich mal von einem Schätzlein, von der lieben Princess Dark bekommen. Das war im Päckchen drin. Ich kann mich wahrscheinlich nicht mehr an alle Düfte erinnern, von wem ich die habe. Weil es einfach zu viel ist. Aber hier kann ich mich halt erinnern. Und das ist ein ganz toller, angenehmer, blumiger Duft. Leicht aquatisch, habe ich mir aufgeschrieben. Duftet der auch. Aber mehr blumig. Ja, der kann ich euch sagen, ist beschrieben mit der Kopfnote Absinth, Fräse und Pfirsich. Die Herznote ist Iris, Rose und Sandelholz. Und die Basis ist Amber, Kaschmirholz, Moschus und Vanille. Und ihr werdet sehen, da zieht sich hier durch meine ganze Sammlung durch, was ich euch gerade jetzt angerissen habe und vorlese. Diese ganzen Kopf, Herz und Basisnoten haben alle meine Parfüms hier. Deswegen gefallen es mir wahrscheinlich auch so gut. Ja, also wie gesagt, der Flakon ist wunderschön dekorativ. Hier oben ist ein schöner Schmetterling. Und dieses Parfüm wird nicht mehr hergestellt. Genau. Ja, also ich mag es. An dieser Stelle, liebe Jasmin, nochmal danke dafür. Hat mich sehr gefreut. So, dann haben wir hier Starlight Kiss von Peter Schmiedinger. Das ist dieser geile Flakon mit diesem Gebamsel hier dran. Und diesen habe ich von der lieben Sassi damals bekommen. Das war das erste Parfüm, was ich von Sassi gekriegt habe. Und dieser Duft ist einfach göttlich. Der wird auch noch produziert. Diesen Duft kann ich auch als blumig beschreiben. Die Kopfnote ist ägyptischer Jasmin, Mandarine und Orangenblüte. Ja, ich würde hier sagen, dass ich Orange schon raus rieche. Also es riecht etwas zitrisch, Tatsache. Die Herznote ist Mairose, Ylang Ylang, Zimt und Honig. Und die Basis ist Vanille, Moschus und Tonka-Bohne. Also ein absolut gut riechender Duft für mich. Den ich schon als leicht pudrig beschreiben würde. Sogar, ich würde ihn als pudrig beschreiben. Und dieser Flakon ist auch irgendwie total cool. Schon ein bisschen abgegriffen, es ist auch nicht mal so viel drin. Das hier ist total samtig und das hier ist ein bisschen, ja, stachelig könnte man schon fast sagen. Also ich mag diesen Flakon sehr gerne. Und wenn der leer ist, hebe ich mir den einfach auf, weil der mich an Sassi erinnert, weil das mein erstes Parfüm überhaupt. Das war mein erstes Schätzlein-Parfüm, Sassi. Riecht herzamtig. Ja, weiter geht es mit einem Parfüm von Larive. Und zwar das Solaire. Die sind hier. Könnt ihr das sehen, dass das nicht so doll blendet mit dem Licht. Die gibt mir die größte Mühe. Ja. Diese Parfüm habe ich von meiner lieben Andrea bekommen. Auch hier, liebe, liebe Andrea. Dicke, dicke Herz. Das ist ein absoluter Sommerduft. Und wenn du hier schon aufmachst und nur an dem Riechloch schnupperst, ja. Der Ohr muss schon gar lachen. Dann riecht es nach Sommersonne, Strand und Meer. Also hier ist der Duft beschrieben mit Blumig. Die Kopfnote ist Hyazinthe, Kokos und Orange. Also Zitrisch riecht es mir in meiner Nase nicht. Aber Kokos, das riecht ich. Die Herznote ist Jasmin und Gardenie. Und die Basis ist Sandelholz und Vanille. Es zieht sich wirklich durch meine Parfüm-Sammlung durch. Und das riecht so ein bisschen wie diese Duschgel von Nivea. Diese Sommerduschgel zum Beispiel. Ich liebe diesen Duft einfach und mache mir den direkt drauf, weil ich den so sehr mag. Und der Flakon sieht eigentlich auch echt wunderschön aus und mache einfach Bock auf Sommer. Absoluter Sommerduft, kann ich nur empfehlen. Riecht unfassbar gut. Also wer Nivea mag, wird da wahrscheinlich auch begeistert sein von. Als nächstes habe ich hier ein Parfüm von Rituals. Und zwar ist es Travel Reef de Hanami. Habe ich das jetzt richtig in die Kamera hier gehalten? Ich hoffe. So sieht der Flakon aus. Und auch hier ist der Duft sehr fruchtig. Frühlingshaft. Auf jeden Fall Frühlingsduft. Sagt ja schon Hanami. Das ist ja das Kirschblütenfest. Und beschrieben ist der Duft in der Kopfnote mit Litchi, Birne und Bergamotte. Und die Bergamotte riecht man hier auf jeden Fall raus. Also es riecht so unfassbar gut. Ich möchte mich da auch am liebsten mit einsprühen. Die Herznote ist Vanille und die Basis ist Ambra und Patchouli. Ach, ich liebe es einfach. Auch das war ein Schätzelein-Parfüm. Aber da weiß ich nicht mehr wer. Ich muss das leider zugeben. Aber riecht unfassbar gut. Kann das sein, dass es von Elke war oder so? Ich weiß es nicht mehr. So, dann habe ich My Red Pimps von Close To. Das ist dieser Flakon. Kann ich das so zeigen? Ja, glaube ich schon. Also es ist halt ein Pimps. Auch diesen Duft habe ich von Jasmin im Päckchen gehabt. Den beschreibe ich und er wird auch beschrieben als femininer Duft. In der Kopfnote Vanille, Herznote Mandel und in der Basis Note arabischer Jasmin. Also er ist ein etwas schwererer Duft. Den würde ich jetzt nicht im Sommer tragen wollen. Für mich ist das ein Winterduft. Wahrscheinlich durch irgendwelche Hölzer, die da auch noch drin sind. Und ja, die Vanille riecht man auf jeden Fall auch raus. Und für mich nicht nur eine geile Optik eigentlich, sondern auch für mich eher so Herbst- und Winterduft. Also weil der ein bisschen schwerer ist. Gefällt mir aber auch sehr gut. Und macht was her, finde ich. Wenn der da so steht. Finde ich jetzt sehr lustig. So, My Red Pimps haben wir abgearbeitet. Dann haben wir von Essential Garden Cherry Blossom. Ich muss es kurz suchen. Hier ist es. So sieht der Flakon aus. Und der Duft, der ist auch so blumig, fruchtig, orientalisch. Ein absoluter Frühlings-Sommer-Duft. Ach, ich könnte mal da... Wenn ich jetzt nicht gerade mehr schon diese Soler raufgemacht habe, ich könnte mal schon wieder einduseln hier. Also das ist auch, was man bei DM zum Beispiel bekommt. Und Parfüm, also ein Ode-Parfüm für kleines Geld tatsächlich. Was unfassbar gut riecht und lange auf der Haut hält. Und wenn man sich das auf die Kleidung spritzt, erst recht. Also der ist jetzt beschrieben mit orientalisch, Jasmin, Mandarine und Birne. Und die Herznote ist Kirschblüte, Pfingstrose und Gardenie. Ja, so sieht die aus. Riecht sehr gut. Und wenn ihr bei DM seid, ich weiß nicht, ob es den auch bei Rossmann gibt, einfach mal dran schnuppern. Essential Garden Cherry Blossom. Ja, ein richtig toller Duft, den ich sehr, sehr gerne mag. Weiter geht es mit meinem neu erstandenen Geburtstagsgeschenk von der lieben Whitey Ghost Nuts. Und zwar auch Essential Garden White Flowers. So sieht das aus. Der wird beschrieben als blumiger, orientalischer, cremiger Duft. Also ich finde schon, die Verpackung sieht so toll aus. Das macht auch schon wieder so richtig Bock auf Sommer oder auf Frühling. So, die Herznote ist Kokos und Vanille. Und Leute, Kokos ist hier Programm. Ja, Kokos ist Programm. Ich habe erst gedacht, dass ich eine Ananas gerochen habe. Aber es ist die Kokos, die Griechen. Mehr wird da, glaube ich, nicht beschrieben. Hier steht halt White Flowers. Das kann sonst was sein. Ich glaube, dass ich da auch weißen Jasmin gesehen habe auf der Seite. Aber Kokos, Vanille, werdet mag, ist damit gut beraten. Ich finde den einfach mega. Da könnte ich mich ständig einduseln mit, weil der so unfassbar gut riecht. Das war eine gute Wahl, liebe Verena. Vielen, vielen, vielen Dank für diese tolle Überraschung. Immer wieder kann ich das mal sagen. So, dann haben wir das auch. Leute, nehmt kein Ende. Ich sage euch das gleich. So, dann habe ich, das war mal ein Signature-Duft von mir. Damit hat mich, glaube ich, der Uwe auch kennengelernt. Ne, der Uwe hat mich mit einem anderen Duft kennenlernt. Den habe ich mit Uwe denn irgendwann als Signature-Duft entwickelt. Weil ich hatte das für die Damen-Version und Uwe hatte das für die Herren-Version. Und zwar Davidoff Cool Water. Das hier. Ich weiß, das ist nicht jedermanns Sache. Aber meine. Ich mag den Duft sehr, sehr gerne. Allerdings nur im Sommer, ne. Cool Water Woman ist das. Nein, Orde Toilette in dem Fall. Riecht aquatisch frisch. Ich liebe diesen Duft einfach. Und so viel ist da jetzt auch nicht mehr drin, ne, Schatz? Ja. Ja. Ja, da ist nicht mehr so viel drin. Ich verstehe keinen Ton. Da hat mir der Uwe jetzt zum Geburtstag die Bodylotion geschenkt. Auf jeden Fall. Hier ist drin in der Kopfrose, Kopfnote Seerose. Meine Güte. Lotus, zitrische Noten und Bergamotte. In der Herznote sind Maiglöckchen und Honig drin. Und in der Basis ist Moschus, Amber und Himbeere. Ja. Also wer wirklich aufpasst, der bemerkt wirklich einen roten Faden. Von meinen Parfüms, was die Düfte angeht. Ich liebe es einfach. Davidoff, Cool Water Woman. Einfach sehr lecker. Dann komme ich zu meinem Geburtstagsgeschenk von meiner lieben Andrea. Das war ja das So Elixiert Purple von Yves Rocher. Dieses hier. In diesem geilen lilanen Flacon. Und auch hier ist der Duft unfassbar lecker. Also sinnlich holzig. Also sehr, sehr sinnlich und feminin würde ich den bezeichnen. Der ist beschrieben mit Nachthyazinthe in der Kopfnote. WT4. Also holzig, sinnlich in der Herznote. Und in der Basis Patchouli, was für Intensität und Tiefe sorgt. So ist der beschrieben. Und der riecht richtig gut. Auch hier wäre das für mich noch eher ein Frühlingsduft für den Abend. Weiß nicht, also tagsüber weiß ich nicht, ob ich den... Also er ist etwas schwerer, ja. Ich habe den tagsüber gerne ein bisschen leichter. Aber wenn man abends weg geht oder zum Essen geht oder so, ist der echt angenehm. Der Duft gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Und habe ich auch schon ein paar Mal drauf gehabt in letzter Zeit. Und auch auf Arbeit kommt er sehr gut bei den Kollegen an. Die fragen mich immer alle, welches Parfüm ich drauf habe. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Und weiter geht's mit Alien von Thierry Magler. Und zwar, glaube ich, kennt das alle, ne? Die sind Alien. Das ist das Original. Habe ich auch von einem ganz lieben Schätzlein. Und zwar die Antje, die verrückte Maus. Hat mir das geschenkt. Ja, und der Duft ist halt typisch Alien, ne? Ein sehr schwerer Duft. Also ich beschreibe ihn als sehr schwer, blumig, süß, orientalisch. Und in der Herznote ist Jasmin und Sambak drinne. Ich habe keine Ahnung, was Sambak ist. Klärt mich auf, wenn ihr das wisst. In der Herznote ist Ambra drin. Und in der Basis Kaschmir Holz. Und es riecht einfach unfassbar schön. Ach, ich liebe diesen Duft Alien, ne? Das ist das Original. Und ich habe aber auch noch Alien als Dupe. Und zwar kann ich euch... Momente zeigen. Ich muss erst mal kurz suchen, welche das ist. Eigentlich habe ich ja Nummern hier drauf. Okay. Das hier ist das Alien. So, von Larisse. Das hier ist die Nummer 119. Das ist der Duftzwilling zum Thierry Magler Alien. Und es riecht wirklich eins zu eins. Also das bekommt man bei Amazon. Auf jeden Fall. Aber man bekommt auch tolle Dupes bei Rossmann oder DM von Alien. Also da müsst ihr mal wirklich die Augen aufhalten. Denn wer Alien mag, kann ich euch... Das hält auch ewig lange auf der Haut, ne? Von Larisse, die Nummer 119, Alien Dupe. Kann ich nur empfehlen. So, dann haben wir James Bond 007 Woman 3. Da gibt es eine ganz große Range von James Bond Parfümen. Und ich habe drei davon. Und der besagte ist dieser wunderschöne lilane Flakon. Hier steht 007 drauf. Steht da auch drauf, wo man drei... Ne, das steht nicht drauf. Keine Ahnung. Man weiß es ja, ne? Also, dieser Duft ist fruchtig, süß, cremig, blumig. Alles in einem. Muss mal kurz... Er riecht einfach unfassbar gut. Ich würde mehr fruchtig bezeichnen als blumig. Hier ist drin in der Kopfnote Ananas und Papaya. In der Herznote ist Ylang Ylang drin. Und Fragipani. In der Basis ist Patchouli, Sandelholz, Siam und Benzoi. Ja, riecht unfassbar gut. Wenn ihr auch ein etwas schwerer... Also, für mich ist das so ein Abendparfüm, ne? Alles, was so ein bisschen süßlicher ist und ein bisschen schwerer ist. Also, ist nicht ganz schwer. Denn es ist für mich eher so ein Abendduft. Und da schnuppert gerne mal dran an diese 007-Düfte. Also, das sind jetzt keine hyperteuren Parfüms, sondern erschwingende Parfüms noch. Und große Liebe. Das ist die Nummer 3 gewesen. Den habe ich noch 007-For-Women 2. Das ist dieser Flakon hier. Die Flakons sehen auch alle ähnlich aus. Die sind aber verschieden groß. Wobei ja, ich hier, glaube ich, 50 Milliliter oder... Das steht leider nicht mehr drauf. Es kann sein, dass das 50 Milliliter sind. Und das andere 30 Milliliter. Das hier ist fast alle. Das wollte der Uwe mir holen zum Geburtstag. Weil er gesehen hat, es ist alle. Und ich mir das gewünscht habe. Und hat aus Versehen ja ein anderes geholt. Was ich aber auch endgeil finde. Aber jetzt erstmal das hier. 007-Women 2. Ist ein pudrig, süß, fruchtig, blumiger Duft. Und das ist hier genau mein Beuteschema. Also, damals hatte ich ja diese Heidi Klum Dreams. Und das riecht ähnlich. Also, unfassbar ähnlich. Einfach nur lecker. Also, damit kann ich mich ständig einduseln. Und zwar, Kopfnote ist Himbeere, Pinke Fräse, Rosa, Pfeffer und Champagner. Die Herznote ist Black, Baccarat, Rose, Brombeere, Gardenie, Rosa Oleander. Und die Basisnote ist Vanille, Moschus, Zedernholz. Ich liebe diesen pudrigen Duft. Ihr wisst es, die Stierdamen, ne? Lieben pudrige Düfte. Hier könnte ich mir in die Nase schieben, ja? Und dauerhaft einatmen. So lecker riecht. Also, auch hier werdet eine ganz dicke Empfehlung. Wer pudrige Düfte mag, soll mal an JamesBrand007-Women 2 schnuppern. So, jetzt kommen wir zu dem anderen JamesBrand007. Pur Femme ist das. Die Farbe sieht auch schon wieder echt toll aus. Das ist der, ich nenne es jetzt mal Fehlkauf. Also, ich empfinde es überhaupt nicht als Fehlkauf, weil der Duft einfach auch sensationell ist. Aber der Uwe, der sagt, das ist ein Fehlkauf. Ne, ist es nicht. Da kann er ja einfach losgehen und mir das andere nochmal holen. Ich habe es extra laut gesagt. So. Der Duft wird beschrieben mit fruchtig, süß, blumig, cremig. Und, ja, kann ich genauso unterstreichen. Kopfnote ist Mandarine, Birne, Fräsier. Herznote ist Zedernholz und nachtblühender Jasmin. Und die Basisnote ist Vanille, Kaschmeran und Tonka-Bohne sowie Zimt. Also Zimt rieche ich gar nicht raus. Vielleicht ganz leicht. Vanille, ja, deswegen wahrscheinlich diesen Pudre-Geruch. Es riecht einfach fantastisch. Auch hier, gerne, weil das ist so ein Mittelding zwischen schwer und leicht. Also, das ist für mich schon noch ein Tagesparfüm. Riecht unfassbar gut. Der Flakon sieht toll aus. Macht wirklich was her, wenn es da so im Regal steht und darauf wartet, benutzt zu werden. Und ich liebe es einfach. Ja, das ist sehr, 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 sehr schön. So, dann kommen wir zu meinem eigentlichen Signature-Duft. Der ist auch schon fast alter. Oh, ja. Und zwar ist das Kaschmir von Chopin. So sieht der Flakon aus. Sehr orientalisch. Und der Duft ist süßorientalisch pudrig. Ich liebe das ganz, ganz toll. Also, das ist wirklich, ähm, das ist Susi. Da bin ich schon damals, wo ich noch bei Aldi gearbeitet habe, von den Kunden immer angesprochen worden, welche Parfüme ich benutze, weil das so gut riecht. Also, auch das liebe ich und ich bin heilfroh, dass das noch hergestellt wird. Ähm, beschrieben ist es in der Kopfnote mit Kokos, Pfirsich, Bergamotte und Mango. Die Herznote ist mit Jasmin, Rosengeranie und Maiglöckchen beschrieben. Und die Basis, ähm, ist Vanille, Amber, Hölzer, Patchouli, Moschus, Sandelholz. Ach, ein Traum. Also, ihr könnt mir das eine in die Nase, die andere in den Nasen noch stecken. Das ist doch toll. Ich liebe einfach diese Düfte. So, aber hier muss man aufpassen, dass man das nicht da festhält, sonst saust einem, äh, das weg, der Deckel weg. Also, Kaschmech und Paar, ganz große Liebe von mir. Also, eigentlich hier fast alles, ne? Äh, große Liebe. Dann kam ja, ähm, die liebe Antje mit My Honey von Tony Gard um die Ecke. Ich finde es immer noch verrückt, ne? Einfach nur verrückt. Und, ähm, Antje, dieser Fuchs, ja, hat mein Aufgebrauchvideo gesehen und da hatte ich, ähm, ich glaube, ein Duschgel von Tony Gard drin, ne? Und war davon maximal begeistert. Und da hat sie sich jedoch, guckt sie einfach mal das Parfum von Tony Gard. Ich möchte euch das, ja, glaube ich, so kann man das ganz gut sehen. Ach, und das riecht so toll. Das ist ein richtiger Frühlings-Sommer-Duft. Hm, den muss ich unbedingt morgen drauf machen. Da, der wird beschrieben mit blumig, süß, fruchtig und frisch. Kann ich absolut, ähm, genau so unterstreichen. Die, äh, Kopfnote ist Honig und Limette. Also, das Zitrische rieche ich persönlich hier nicht raus. Meine Nase nicht. Ähm, die Herznote ist Lotus, Jasmin und Magnolie. Das rieche ich. Magnolie auf jeden Fall. Lotus würde ich auch sagen. Denn in der Basisnote die Himbeere rieche ich raus. Moschus natürlich und helle Hölzer. Ach, das ist ein Traum, ehrlich. Antje, Mann, du verrückte Nudel, ehrlich. Freue ich mich sehr, immer noch drüber. Geiler Duft. Danke. Mir bleibt ja immer nur übrig Danke zu sagen für diese tollen Sachen, die ihr mir hier, ähm, ja, zukommen lasst. So, dann auch eine ganz große Liebe von mir ist Katy Perry Royal Revolution. Das nenntet immer Handgranate. Die hat hier am Flakon ein Krönchen. Ja, mit... Was steht hier drauf? Was steht denn drauf? Ein K und ein P für Katy Perry. Natürlich. Ich glaube, das könnt ihr jetzt gerade nicht sehen. Ein Krönchen. Ja. Und, ähm, das habe ich übrigens auch von der lieben Baltic Goose Nuts, weil sie das tatsächlich, ähm, sich anfixen lassen hat von mir, weil ich diesen Duft so irre finde. ne? Äh, und ihr taugt ja überhaupt nicht, ne? Ja, so ist das manchmal. Ich liebe den absolut. Der ist total frisch, fruchtig süß, aber ich empfinde den auch als frisch. Ähm, die, äh, Kopfnote ist pinke Fräsi und Granatapfel, die Herznote ist Orangenblüte, Jasmin und Sandelholz und die Basisnote ist Vanille und, äh, Schleedorn. Tja, was rieche ich daraus? Orangenblüte etwas, Jasmin auch. Vielleicht ein bisschen Fräsi. Hm. Also ist ein schöner, blumiger Duft auf jeden Fall und ich mag den. Ich liebe den einfach. Ja. Das schreit auch einfach nach Susi. Ja? Susi, Susi, Susi. Katy Perry. Okay. So. Dann, ähm, habe ich jetzt noch in meiner Sammlung die 019 von Laris. Und zwar ist das ein Dupe zu Narciso Rodriguez, Narciso For Her. Und hier habe ich jetzt nichts, äh, der hat vergessen, also ich merke gerade, dass ich ein paar Sachen vergessen habe, zu recherchieren. Der ist sehr blumig, würde ich den bezeichnen. Auch frisch. Hat so ein bisschen was, ähm, wie, wie die DM, äh, äh, Kaschmir-Massgeschichte. Wahrscheinlich würde hier Kaschmir mit drin sein. Also, ich kann den nicht beschreiben, wenn ich mir das nicht aufschreibe, wie, wie die Düfte sind. Aber sehr, sehr gut. Also auch hier vielleicht mal den, äh, Rüssel an Narciso Rodriguez. Rodriguez. Narciso For Her. Mal ranhalten, schnuffeln, ob ihr den auch mögt. Ähm, vielleicht. So, dann habe ich ja von der lieben Sassi, ähm, von Jean-Paul Gaultier, das Skandal bekommen. Und auch hier habe ich gar nicht mir aufgeschrieben, wie, wie die Duftnote ist. Auf jeden Fall riecht es einfach nur geil. Ist auch ein etwas schwererer, süßer Duft. Ich vermute hier auf jeden Fall auch Moschus drin. Ähm, Hölzer natürlich. Also, ich würde schon fast irgendwie, ähm, Cedanholz sagen. Und ansonsten kann ich euch ja leider nichts ausschnuppern. Aber hier ist es ja ganz einfach, ähm, in irgendeine Parfümerie zu gehen und mal da dran zu schnuppern und zu gucken, was ist da drin. Ein richtig endgeiler Duft, kann ich dazu nur sagen, Sassi. Dankeschön für diese super Überraschung immer wieder. Also, ich bin da immer noch total geflasht. Naja, und, ähm, last but not least habe ich halt diese ganzen, ähm, Spirit-Düfte von DM. Da gibt es unfassbar viele Duftrichtungen. Also, da bin ich mir sicher, wird jeder fündig, auf jeden Fall. Ähm, das Neueste ist ja, was ich zum Geburtstag bekommen habe, ähm, von Andrea, äh, Spirit of Joy Full Blossoms. Das ist auch dieses, ähm, der ist richtig nach Kirschblüte, auf jeden Fall. es riecht sehr gut auf meiner Haut, es riecht sehr lange auf meiner Haut, es ist sehr frisch und auf jeden Fall blumig. Ein sehr blumiger Duft, wer blumige Düfte mag, einfach mal bei DM vorbeischießen, oder bei Rossmann, keine Ahnung, und mal daran riechen, wie gesagt, Spirit of Joy Full Blossom. Sehr gerne benutzt, und natürlich, ähm, das, was ich auch richtig, richtig liebe aus dieser Serie, ist Spirit of Kashmir Mask. Das ist ja mein allerliebster Duft aus dieser Serie. Also, den kann ich mir überhaupt nicht mehr wegdenken. Der kommt der Heidi Klum Dream Duft auch sehr nah. Auch hier sehr pudrig, sehr holzig, orientalisch, genauso würde ich den beschreiben. Ach, ich liebe ihn einfach. Da schwebe ich im siebten Himmel, ganz ehrlich. Dann habe ich hier ausprobiert, äh, von Spirit, ähm, Spirit of Wild Rose. Aber so, ähm, Rosendüfte Pur, das ist nicht so meins. Also, den mag ich nicht so gerne. Den kaufe ich ordentlich nach. Er riecht auch unfassbar nach Rose, ne? Ja, also da muss ich Lust drauf haben. Den habe ich auch schon eine ganze Weile. Ist nicht mein liebster Duft, aber riecht auch sehr gut, und wer, äh, überhaupt so blumige Düfte mag, oder so, einfach mal dran riechen, vielleicht ist das ja was. Und hier, ähm, Spirit of what? Velvet Bouquet. Ach, das ist auch so, ach Leute, das ist auch so ein süßlicher, blumiger Duft. Etwas schwerer als die anderen. Wäre für mich eher was für den Abend. oder ein, ähm, Herbst-Winter-Duft. Holzig, blumig-fruchtig. Da kriege ich hier irgendwas Fruchtige draus. Da müsste ich nochmal gucken, was da genau drin ist, oder ihr guckt einfach selber. Also wie gesagt, Spirit of Velvet Bouquet. ein unfassbar toll, gut riechender, femininer Duft. Auch hier ganz große Liebe, ähm, von mir, und das war, das war meine Parfums. Ich hab hier noch so ein kleines Teil, aber da steht nicht drauf, was das ist. Das ist ja für mich sowieso so ein Sammelflakon, ne? Äh, diese Miniaturen. Ähm, Ich riech mal dran. Das riecht, das riecht wie Parfümerie. Ich kann das überhaupt nicht beschreiben. Das ist auch nicht meine Duftrichtung. So wie, äh, irgendwie Chanel oder irgendwas, keine Ahnung, so in der Richtung riecht. Ich, vielleicht kennt ihr diese Flakon-Dingens mit diesem, ähm, Bändchen hier dran und könnt mir sagen, welche, ähm, Sorte oder welche Duftrichtung das hier ist, weil ich hab da keine Ahnung. Mich würde mal interessieren, welches Parfüm das ist. Ja, und wir sind jetzt durch. Das war meine Parfümsammlung. Ich find das unfassbar viel. Also ich kann ganz viel immer ausprobieren, auf was ich halt Lust habe. Find ich persönlich auch richtig toll, wenn man ganz viel Auswahl hat, ähm, weil man hat ja nicht jeden Tag auf dasselbe Lust, ne? Und, ähm, ich hab zwar immer irgendwie so die gleiche Note mit drin, aber trotzdem riechen alle irgendwie anders. Alle toll, die meisten zumindest. Und, ähm, ich lieb sie einfach. Ganz, ganz große Liebe. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon toll findet, ob ihr auch davon irgendwas besitzt und, ähm, natürlich, was euer Signature-Duft ist. Vielleicht kann ich da ja für mich noch was entdecken. Da würde mich drüber freuen, wenn ihr das in die Kommentare schreibt. Ja, und da wir ja jetzt hier durch sind mit der Parfum San Lump, bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Äh, und mich aus dem Video zu verabschieden. Und, es ist komisch, das alleine zu sagen. Muss ich mal ganz ehrlich sagen, bin ich einfach anders gewohnt. Aber vielleicht kommt ja die Stimme aus dem Hoff. Wenn ich wieder sage, seid frech, wild und wunderbar. Bis dann, Mann! Mach's gut! Tschüss, ihr lieben! Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß hier. Tschüss!